Wir müssen der Realität ins Auge blicken. Der Audi TT verkauft sich nicht mehr so richtig gut. Dennoch bin ich davon überzeugt, dass die auf 40 Exemplare limitierte Sonderedition des TT RS ganz schnell ausverkauft ist. Heute habe ich die 10 wichtigsten Fakten zum Audi TT RS 40 Jahre Quattro für euch zusammengefasst und damit Hallo und herzlich willkommen zu Volkswagen Cars. Unter die Motorhaube kommt der 2,5 TFSI 5 Zylinder. Der Motor wurde neunmal in Folge International Engine of the Year. 294 kW, 400 PS, 480 Nm Drehmoment. Die technischen Werte kann ich inzwischen runterbeten. Über eine Lamellenkupplung verteilt der permanente Allradantrieb die Kräfte frei zwischen der Vorder- und der Hinterachse. Der Fahrer kann über das Fahrdynamiksystem Audi Drive Select den Quattro Antrieb und andere Komponenten wie zum Beispiel die Lenkung, die 7 Gang S-Tronic, die Abgasklappen und die Motorcharakteristik beeinflussen. Die Höchstgeschwindigkeit des Audi TT RS 40 Jahre Quattro wurde auf 280 kmh angehoben. Serienmäßig, ohne Aufpreis. In nur 3,7 Sekunden geht es auf Tempo 100 kmh und dann haben wir da noch diese schmutzige Zündfolge. 1, 2, 4, 5, 3. Das klingt so schön, das muss man mal erlebt haben. Alpin-weiß lackiert ist der Audi TT RS 40 Jahre Quattro. Die Folierung auf Motorhaube, Schultern, Dach und Heck erinnert an die Farbgebung der speziell modifizierten Audi Sport Quattro S1, mit dem der legendäre Walter Röhrl im Jahre 1987 das legendäre Bergrennen am Pikes Peak in den USA gewann. Die Fronthaube verfügt über einen mittigen Luftauslass in Carbon. Durch die Öffnung kann die dort entstehende Wärme noch schneller entweichen. Das im Windkanal entwickelte Aero-Kit steigert die Fahrperformance und das Handling in schnellen Kurven und soll sich ebenfalls signifikant auf die Aerodynamik des Kompaktsportlers auswirken. Das Body-Kit besteht an der Frontschürze aus seitlichen Flicks in schwarz glänzend und einem Frontsplitter. Die Seitenschwelleaufsätze leiten über zum markanten Heck mit feststehendem Flügel, Spoiler Seitenteilen und Diffusor. Aus den Aero-Maßnahmen resultiert ein perfekt ausgewogenes Gesamtpaket, das bei Höchstgeschwindigkeit nur ca. 9 kg Auftrieb an der Vorderachse und ca. 5 kg Abtrieb an der Hinterachse aufweist. Hinter den weiß lackierten 20 Zoll Leichtmetallrädern arbeiten an der Vorderachse innen belüftete gelochte Stahlscheiben mit rot lackierten Bremssätteln. Das Interieur des neuen Audi TT RS 40 Jahre Quattro präsentiert sich aufgewertet. Auf Wunsch kann der Kunde die Rückbank gegen ein Strebenkreuz aus Carbon tauschen lassen. Das bringt eine Gewichtsreduktion von ca. 16 kg sowie Vorteile bei der Torsionssteifigkeit. Damit rückt das Sondermodell noch näher ran an den Motorsport. Fahrgeräusche wären natürlich auch intensiver erlebbar und unter uns, auf den beiden Rücksitzplätzen da hinten, da kann sowieso keiner bequem sitzen. Auch wenn mein Nachbar immer wieder betont, dass er schon zu viert im Audi TT irgendwo hingefahren ist. Vermutlich nach Guantanamo. An den Türverkleidungen und am RS Sport Lederlenkrad mit 12 Uhr Markierungen in weiß kommt Alcatara in schwarz zum Einsatz. Schwarzes Leder mit weißen Kontrastnähten ziert die Mittelarmlehne, die Türarmauflagen und die Mittelkonsole. Die RS Sportsitze, spezielle Stickereien und eine durchnummerierte Plakette auf dem Wahlhebel der S-Tronic macht jedes der 40 Exemplare zu einem Unikat. Der Verkauf des Audi TT RS 40 Jahre Quattro startet in Deutschland im Oktober 2020. Der Preis liegt bei 114.040 Euro bzw. wir haben ja momentan noch die 16% Mehrwertsteuer bei 111.165 Euro und genau 4 Cent. Upsala. Das ist aber viel Geld für ein Audi TT, oder? Dennoch bin ich mir ziemlich sicher, dass dieses Fahrzeug Audi ganz schnell knapp 3,8 Millionen Euro netto in die Kassen spüren wird. Was sagt ihr, hot or not? Schreibt es mir in die Kommentare. Lasst uns gemeinsam diskutieren, denn ihr wisst es, Voice over Cars ist und bleibt keine Einbahnstraße. Bis zum nächsten Video. Euer Jens. Ciao. Wir reden über Autos mit jede Menge Spaß. Herzlich Willkommen zu Voice over Cars. Voice over Cars. Und das war's.